so willkommen zu einem neuen let's play together und zwar haben wir uns relativ spontan heute abend heute abend ist freitagabend entschieden wir brauchen was neues was wir spielen können ein multiplayer und dann sind wir zu dem game rocket league mit mir im ts sind gerade die artikel der sebastian und der nils hallo und um rocket league zu erklären ich glaube das wird gerade sowieso so ein bisschen gehypt das ist wie autoball was die stefan raab ausgedacht hat wir fahren mit autos rum und müssen einen riesen fußball in tore bringen tore stoßen wir haben jetzt schon dass ich finde das spiel ist cool aufgebaut man hat hier ihr könnt ihr sehen der seite so ein kleines training dass man absolvieren kann das ist total cool das haben wir alles schon gemacht heute abend das glaube ich geht jeder so eine gute stunde gespielt und jetzt machen wir folgendes wir machen online spielen privates match und wir werden jetzt gleich es gibt hier seht ihr teamgrößen man kann zwei gegen zwei drei drei vier gegen vier spielen wir spielen zwei gegen zwei wir mischen untereinander mal durch hier in der ersten folge davon und man kann auch online gegen andere spielen ist total cool also da gibt es auch zum beispiel sarazza coole videos was man da alles machen kann keine ahnung wie wie regelmäßig wir jetzt hier neue videos von raus bringen wollen wir wollen werden es auf jeden fall mal anzocken und spielen weil es einfach auf jeden fall jetzt diese ein zwei stunden schon spaß gemacht hat ja dann fangen wir jetzt mal an alle sind der gruppe dabei wir wollen da suchen nach privaten match geht das schnell mit der suche jetzt ging das eigentlich recht schnell weil jetzt müssen wir jetzt sagen jetzt wir beide gehen in team blau und die anderen beiden ach wir spielen untereinander erst mal was hat sie drauf hat ok dann nochmal konzentration jetzt hier schön jetzt so ja wohl also uns das ja wohl ich hab mir gedacht das war ein eigentor also jetzt in der ersten folge werden wir auf jeden fall nur zwei gegen zwei spielen wir mischen untereinander durch und nachher dann in anderen folgen geht's auch mal gegen andere jetzt aber einfach damit wir besser trainiert werden nur mal so falls irgendein anderer spielt meldet euch mit uns spielen möchte alter was ist das meldet euch meldet euch 0196 86 86 ja da geht er ab eben da seid ihr alle hier voll vorbeigefallen ich hab dem weg geblockt damit das spiel kostet übrigens aktuell 20 euro aber wartet wartet mal Leute Leute bei MMOGA kostet das spiel 19 Euro das ist so ein Schnäppchen ey du bist so verrückt so Nils schön Nils ähihi many Nils oh da dribbelt das ja anger Shawn ey 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 gewann schön Boa beautiful oooritt opposed nil Nein, der kommt an die Chip! Scheiße. Leider falsch. Ah, schade. Oh, oh. Der ist gefährlich. Nein, was mach ich denn? Du schaffst es! Nein! Nein! Deine Mutter! Ich hab das gebaut. Hast du jetzt? Nein, ich hab ihn gebaut! Ja, schön! Alter! Hau raus! Oder machen wir eine Vorlage für Sebastian draus. Nein, Apice kriegt ihn! Apice kriegt ihn! Jawoll! Sehr geil! Wir müssen uns unbedingt noch hier an die Steuerung gehen. Jeder spielt mal vor uns mit dem Controller, ne? Glaub ich. Ja. Ich muss mich da driften auch, ey. Oh, da muss man noch einiges. Da gibt's auch ein paar, wie scheiße wir da auch manchmal fahren, ja? Ja, ist normal. Ich bleib hinten. Mach nur vorne. Nein! Der fliegt... Oh, Alter! Sehr schön! Aber scheiße! Oh! Oh, jetzt! Alter! Nein! So macht man das! Nein! 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 Sehr geil! Nein! 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 Und jetzt... Ich geh mit dem Tor! Ich krieg den nicht! Was mach ich denn? Danke! Nein! Nein! Nils, der ist vorne! Nein! Ja, das machst du nicht! Jawoll! Komm schon! Oh, scheiße! Der hätte ihn geklärt! Alter, schwer! Hallo, Willi. Scheiße! Sebastian! Das mache ich in der Leingang ganz viel. So mache ich das halt, ja? Jedes Match seht ihr hier oben, je fünf Minuten. Man möge uns bitte nicht direkt zerreißen, hier im ersten Video, weil wir das noch nicht so drauf haben. Wir haben es gerade frisch installiert. Sebastian, schaffst du es? Geh du nach vorne jetzt. Ja. Nein! 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 Ich hätte es kaputt gemacht. Schaut uns mal eine Wiederholung an. Nein, der wäre so da so reingegangen. Ich hätte mein eigenes Tor zerstört. Doch nicht. Der wäre doch so da so reingegangen. Ich dachte erst, ich habe den wieder nach hinten gelegt, ey. Alter, Nils! Nils ist super! Alter. Alter, was ist hier los? Scheiße. Sebastian, du schaffst es! Nein! 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 Ja, der ist gut! Der ist gut! Ja! Sehr geil! Scheiße! Puh! Geiler Scheiß! Na gut, aber ein Tor haben wir noch vor den Sprung. Alter, der hat die zwischendurch aber weggeklatzt. Der hat ja so einen Monster-Fuck oder so. Der war echt geil! Komm schon, ey Sebastian! Noch zwei Tore, Mann! Alter! Der ist gefährlich! Nein! Der ist total gefährlich! Der ist total gefährlich! Geiler! Oh! Sehr schön! Wie gut! Ich bin vor! Tichu soll auch sagen, die trainiert ihr auch permanent! Oh, oh! Jetzt! Du siehst, was ich auf meinem Auto drauf habe, oder? Was denn? So ein Alarm-Dingens! Was für ein Alarm-Dingens! Sie ist rote, sie regelt da! Nein! Nein! Nils, ihr braucht nicht jetzt hier... Alter! Super, nein! Nein! Nein, falsch! Nein, Nils! Super! Alter, Befreiungsschlag! Oh, Sebastian, wir brauchen ein Tor irgendwie! Oh, eine Minute! Scheiße! Alter! Oh! Oh, ein fucking Tor! Ein scheiß Tor! Wo ist der Ball? Nein! Geh rein! Geh rein! Jejejeje! Scheiße! 38 Sekunden! Alter, wo bin ich scheiße? Alter! Geh zurück, zurück! Wo ist der Ball? Da ist der Ball! Der ist bei denen! Hast du! Scheiße, nein! Boah! Ich bin eigentlich Verteidiger, habe ich das Gefühl! Nein! Nein, der geht rein! Nein, Nils! Oh, der wird gefährlich! Der wird richtig gefährlich! Nein! Nein! Ja! Ja! Meine Abwehr, ey! So eine Scheiße! Oh, der war richtig geil! Alter, so ein Mist, ey! Krass, Dicke! 50 Sekunden vor Ende! Wir müssen jetzt hier... Jetzt nochmal... Oh, Nachspielzeit, ey! Habe ich noch nicht gehandelt, ey! Das ist Golden Goal! Ich hatte es schon mal! Nein! Oh! Boah! Ja! Ja, 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 ja! Geh rein! Du Mistgeburt, geil! Nein! Sehr geil! Boah, Alter! Ja, DJ! Was ne Drehung, ey! Ja, echt, ey! Boah, ist schon super! Gewitter! Alter, warum ist das denn so laut, ey! Sehr geil! Wieder eine neue Karre! Jawoll! Okay, machen wir mal wieder bereit! Also jetzt müsst ihr mal auf bereit klicken... Ja, machen wir doch nur ein Spiel, oder? Ja, also jetzt mischen wir wieder durch! Lass uns doch die erste Folge mal einmal alle... Ja, Sebastian hat irgendwie schlecht beziehen, ja? Ja, aber das war doch schon lang! Ist egal! Ja, keine Ahnung warum! Ich würde sagen... Einfach mal kennenzulernen! Bereit klicken! Aber keine 40 Minuten, Video! Das wird... Drückt einfach mal alle Bereiche! Ich hab doch schon bereit gedrückt! So, wer spielt jetzt? Ich bin auch euch! Ich möchte nicht mit Hatice spielen! Ich bin blau! Sebastian, du bist auch blau! Oh nein! Und nichts geht zur Hatice sogar! Okay! Das war dumm! Ich bin so dumm! Wo ist der Wall? Boah! Nils! Ne, 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 ne! hat jemand mein sombrero gesehen habt ihr mein sombrero gesehen auf meinem auto ich denke mal sebastian ist jetzt ich super da blockst du mich einfach oh ja super schieß Nils du schaffst es komm schon ich hab das am ende noch wieder reingemacht da weiß ich noch nicht ob der nicht vielleicht sogar vorbeigegangen wäre weiß man nicht weiß man nicht scheiße nix du boah der ist bei uns ja klar scheiße scheiße was dann zieh du bei außen oh super Nils nein scheiße ich bin da nicht mehr der kommt aufs Tor der kommt aufs Tor da scheiße nein nein was boah Tim ey jawoll den Schwingen das habe ich noch nicht so drauf ey das ist richtig schlecht was ich da mache boah ist das laute ey man Nils du und ich es funktioniert nicht so gut ich glaube es ist der sombrero der bringt mir glück ich glaube es ist der sombrero der bringt mir glück was mache ich denn ich sprich einfach über Nils drüber ey scheiße genauer T-Shirt sauber nein boah der sitzt nein scheiße in Pfosten das gibt es doch gar nicht was denn denn na 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 ja schön mit 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 einem weinen mit 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 Ich bin's. Nein! Was mach ich denn da? Nein! Nein! Scheiße! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Nee, Mann, ey! Ja, ich bin wieder reingesprungen. Das geht mir ja voll auf, das sag ich nicht. Ey, das ist echt geil, guckt euch den mal an. Wollt das Kissen an ihr? Der war echt nice, ey. Boah. Ach scheiße, drüber gesprungen. Alter, ich fahr da immer drüber. Boah. Boah, der runter durch. Verabschieden wir uns halt schon wieder ohne, also nicht schon wieder, gerade hab ich ja gewonnen. Niesmal ohne, sie haben auch den Sombrero bekommen, den lege ich aber nicht an. So, und jetzt spiele ich wieder Teacher. Oh ne. Ich hab da auch selber keine Lust drauf. Ich bin wieder orange, das ist gerade meine Glücksfarbe. Nils muss mal bereit drücken. Genau. Du warst halt irgendwie voll den hohen Ping. So, Hatice geht in orange und die anderen beiden gehen in blau. Du. Tim, wir schaffen das, okay? Überlass einfach mir alles. Alter. Jetzt spiel ich einfach mal so, wie ich's gelernt hab. Hier, ist doch schon super, was du machst. Was mach ich denn? Scheeiße. Du bringst mir kein Glück. Was mach ich denn da, Alter? Gern geschehen. Boah. Was mach ich denn da, Alter. Gern geschehen. Scheiße Tim, wo bist du? Tim? Ja, Tim schaut sich das Spielgeschehen nicht immer direkt aus der Ballnähe an, das ist dann am Ende... Ah, da habe ich es versucht. Oh, wieder runter, das gibt es doch gar nicht. Wie die fliegen, Mann. Was mache ich denn da? Jawoll. Scheiße. Oh, nein. Ja, schön. Oh, Alter, ich bin zu schnell hier. Scheiße. Alter, ich bin doch... Nein, schon wieder unten durch, Alter. Der Ball, der liegt in die... Nein. Und jetzt bin ich da. Hatice ist schön. Hatice ist schön. Das gibt es doch gar nicht. Warum kommt Hatice so schnell hier? Ich habe gerade einen Powerboost bekommen. Oh, nein. Der ist drin. Ja. Ja. Ja, die Vorlage kam ja von mir. Guckt euch das mal an, ey. Das war... Das war ja schon eigentlich, ja. Ja. Ne? Da muss man gar nicht viel mehr sagen. Aber wenn man bussen kann, muss man bussen, ja. Meistens. Immer. Alter. Der Ball, der liegt. Der Ball, der liegt liegen. Alter, Nils. Pass mal auf. Das sieht schon mal rein. Nein, nein. Ich bin so blöd. Ich bin so scheiße. Der Kull hat da über die Linie, ey. Nein. Ich krieg den nicht mehr. Und... Jawohl. Oh, Nils. Da schiebt der mich weg. Ich hätte ihn reinmachen können. Oh nein, der schiebt mich weg, ey. Ich hab den nicht gesehen, ey. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Wie geil. Das ist nice. Der Ball, der wird hier in der Mitte. Der bewegt sich gar nicht mehr, ey. Scheiße, Tim. Der ist schön. Nein. Jawohl. Nein. Wo kommt die? Alter. Oh, oh. Hast Nils. Rumpf dich. Oh, oh. Alter. Das ist... Das gibt's ja gar nicht von da hinten, ey. Das macht man halt heutzutage so, ja. Der hat sie halt den Boost genommen und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ... in der Mitte. 83 km. Ja. Oh, oh, wie er war zu spät. Boah, da kam's aber an die Flur, ey. Nein. Oh nein. Scheiße. Ich krieg die nicht mehr. Yes. Jawoll. Sauber. Aber das ist eng hier. Alter Nils, der fährt einfach nur. Scheiße, wo ich irgendwann wegkriege und einfach fahren. Wir brauchen doch keinen teammate. Nee, wir brauchen ja nicht. Tim, geh da rein. Nein. Alter, der war traumhaft. Hatice, wo bist du? Wo bin ich denn hier? Ich häng hier rum. Alter, ich bin tot, ey. Ja, da leb ich wieder. Alter, lass mich in Ruhe. Oh Mann. Bei mir stand eben Zerstörung, Alter. Ja, du hast ihn nie zerstört. Oh, oh. Warte, ich mach. Du hast ihn nie zerstört. Oh. Oh. Shit. Oh Mann, der wäre. Nein. Tim, scheiße. Der geht rein. Jawoll. Yes. Jawoll. So ein Drecks Tor gerade, ey. Das hat total unverdient, ey. Warte mal, warte. Wir haben noch 23 Sekunden. Ist noch alles möglich. Ja, das ist 21. Da ist noch das 4-2 möglich. Ja, das träumt weiter, Nils, ey. Wir führen noch 3-2. Ja, und? Oh. Scheiße. Tim, schaffst du's? Nein. Oh, ich hab mich geblockt. Ich krieg den. Ich hau einfach raus. Schau einfach raus. Schau einfach raus. Reicht. Nein. Jawoll. Yes. Jawoll. Alter, das ist viel zu laut, wenn da was freigeschaltet wird. Propellerkopf. Vielleicht hast du das nicht runtergedreht. Okay. Jetzt anlegen wollte ich grad machen, ey. Scheiße. Schatt, jetzt jeder mal mit jedem? Was? Jeder hat mit jedem. Ja, mit dem. Wir gehen jetzt mal zurück zum Hauptmenü. Ja, also das war jetzt erstmal unsere erste Folge von Rocket League. Vielleicht wird sich auch noch der Dennis oder sonst noch was bei uns holen. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich mal den Multiplayer-Test mit einem 4 gegen 4. Das werden wir dann auch aufnehmen. Ihr könnt ja mal unter das Video drunter schreiben, wie euch das so gefallen hat. Also so als Spiel für zwischendurch ein bisschen Spaß zu haben, hat's auf jeden Fall jetzt derbe Spaß gemacht. In diesem Sinne. Oh ja. Wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut, Leute. Und bis dahin. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.